Aber selbst die Dunkelbrücke... Ich habe erst kürzlich mein Eide abgelegt und die erfahreneren Templer sind nach Denerim zurückgekehrt, um dort unsere Reihen zu verstärken. Sie haben mir empfohlen, nach jemandem zu suchen, der fähig ist, die Malefica festzunehmen. Nach jemandem wie euch. Aber natürlich. Schon gut, schon gut. Es sieht Karim einfach nicht ähnlich, so lange vorzubleiben. Ich war mir sicher, ich würde ihn in der Taverne finden. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Die Leute sind... Die Leute sind in geistlichen Dingen einfach viel zu nachlässig. Schon gut, schon gut. Ist es noch irgendwo sicher? Überhaupt irgendwo? Ich kann... Ich habe gehört, Hubert's Bande hat Schwarzgebrannten in die Finger bekommen. Glaubst du, die verkaufen mir was von dem Zeug? Hubert hasst dich. Das heißt dann wohl, nein. Richtig? Und der Feldarbeit ist mein Fußgast. Wir sollten uns auflehnen. Wir sollten uns gegen die Herrschenden auflehnen und uns die Machen zurückholen. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? ...diesen ganzen Rachen, die uns ständig beobachten mit ihren... mit ihren Augen... Ich glaube, ich habe ein Geschwür am Rücken. Lass mich in Frieden! Du wirst schon sehen! Ich kümmere mich darum, dann... Wenn Andraste gegen den Erzdämon kämpfen würde... Was kann ich euch bringen? Er würde gewinnen. Was? Haben die euch etwa auf mich angesetzt? Ha! Wenn sie es schaffen, die Kommandantin der Wächter für ihre dreckige Arbeit zu gewinnen, dann können sie es sich auch leisten, mir mehr zu bezahlen. Hm... Ich verstehe, was ihr meint. Es wird ein bisschen dauern, den ganzen Kram aus dem Weg zu räumen. Kommt einfach später nochmal vorbei. Dann bin ich fertig. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Kann ich etwas für euch tun, meine Liebe? Und wer will das wissen? Eine Zwergin! Ach was! Ich schätze, ich... Naja, vergesst es einfach. Ich schätze, ich habe diesen Christoph seit etwa einer Woche nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, wohin er gegangen ist. Aber sein Zimmer ist bis Ende des Monats bezahlt. Er hatte sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Aber natürlich, bitte sehr. Es ist das letzte Zimmer am Ende des Flurs. Wenn er aber zurückkommt und wütend wird, dann haltet gefälligst ihr den Kopf hin. Das wäre aber Betrug. Willst du an Draste etwa eine dreckige Betrugin nennen? Möchtet ihr etwas, um euch den Staub aus der Kehle zu spülen, Fremde? Ja, ich erinnere mich an ihn. Aber... Ihr solltet lieber mit meinem Boss sprechen. Da drüben an der Theke. Möchtet ihr etwas, um euch den Staub aus der Kehle zu spülen, Fremde? Na, ihr seid aber kühn. Da komme ich ja fast in Versuchung. Aber möchtet ihr stattdessen nicht vielleicht lieber etwas trinken? Wir haben Med von der Küste im Angebot und er ist gar nicht so schlecht. Also gut, sagt einfach Bescheid, wenn ihr eure Meinung ändert. muss unserer Kehang sein müssen. Aber selbst... Aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich. WOHL. existe. Ich kümmere mich darum. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Ich kümmere mich. Ich denke, das hier ist der Ort, an dem sie die Phylakterien aufbewahren. Er wird vermutlich bewacht. Keine Wachen? Vielleicht wollen sie keine Aufmerksamkeit auf dieses Lager lenken. Können wir tatsächlich so viel... Glück haben? Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, dass der Berüchtigte anders den Köder schlucken würde. Ach, ja. Ich hätte wissen müssen, dass ihr es sein würdet. Mit dem hier habt ihr eine schlechte Wahl getroffen, Kommandantin. Anders wird sich niemals fügen. Weder uns noch euch. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Mörder für niemanden mehr zum Problem wird. Was? Nein, ihr könnt mich nicht festnehmen! Königin Anora hat meine Rekrutierung gestattet! In dieser Angelegenheit steht die Autorität der Kirche über der der Krone. Ihr könnt euch nicht hinter den Grauen Wächtern verstecken. Das kommt kaum überraschend. Die Grauen Wächter waren schon immer ein sicherer Hafen für Kriminelle und Melifika. Ich weiß zwar nicht, woher diese Loyalität kommt, aber sie wird euch nichts nützen anders. Ihr kommt mit uns. Die Grauen Wächter Ich frage mich, ob Namaya davon wusste. Aber vermutlich spielt das ohnehin keine Rolle. Habt Dank. Ihr habt zu mir gestanden und das weiß ich zu schätzen. Ja, ich nehme an, das tun sie. Wie auch immer. Lasst uns gehen, bevor noch jemand hier auftaucht und uns Ärger macht. Was? Schon gut, schon gut. Ich glaube, ich könnte euch dabei helfen. Wollt ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Ich kümmere mich darum. Wollt ihr mir nicht mehr. Ich kann euch auch schon wiederholen. Wollt ihr mich darum levels have? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.